Servus zum Wochenrück Nummer 25. Ja, dieses Mal sieht man mich vor der Kelm. Genau, das bin ich. Zu mir wird es dann auch noch ein Video geben, wo ich mich genauer vorstelle. Aber ich habe mir gedacht, zum 25. Video vom Wochenrückblick oder zum 25. Wochenrückblick zeige ich mich hier mal vor der Kelm ein bisschen anders machen. Ich wollte eigentlich rausgehen mal die Woche und draußen filmen, also mit meiner zweiten Kamera, mich draußen hinnocken und draußen über den Wochenrückblick reden. Habe ich jetzt aber nicht mehr geschafft, da ich voll bin. Nee, ich bin einfach mal hochgekommen und wollte einen gewissen Punkt drehen. Genauso wie das Video, wo ich mich vorstelle, aber es kommt noch alles. Ja gut, was ist die Woche so geschehen? Na, die Woche ist ganz mal wieder losgegangen. Am Montag kam World of Tanks, da ist der Mann, der wieder das Video, immer noch alleine. Dann kam täglich wieder Grow Home, beziehungsweise am Donnerstag kam kein Grow Home, da wir am Mittwoch mit dem Projekt fertig geworden sind. Und ich dann eine Weile lang am Belegen war, was ich jetzt noch aufnehmen könnte. Ja, ich habe mich dann für Grow Up entschieden, das seit Freitag läuft. Sollte ich am Donnerstag schon das erste Video hochgeladen werden von mir, nur leider gar das hat mein Mini-PC, wo ich zum Download verwendet für die Videos, äh, leichte Machen gehabt. Das hat sich mit meiner Nacht einfach mal abgeschaltet, Neustart für Update. Und somit war das Video am, äh, um 16 Uhr nicht bereit zum Veröffentlichen. Super Windows 10, Applaus. Also Windows 10, ich danke dir von Herzen für das, damit du dich immer wieder aufs Neue einfach Updates runterlatschst. Wenn ich gerade irgendwas anders mache, dann startest du einfach von vorne, ohne mir Bescheid zu geben. Ich liebe dich Windows 10, du bist perfekt. Nein, scheiß drauf. Ne, ähm, gerade musst du leider noch mal von vorne beginnen. Ja, das Video kam jetzt am Freitag zum ersten Mal, Samstag, Sonntag auch noch. Und Grow Up ist der Nachfolger von, äh, Grow Up ist der Nachfolger von Grow Home, wo wir gemeinsam gespielt haben. Wir sind wieder als Bad unterwegs. Ähm, mehr will ich jetzt aber auch nicht sagen. Ist es relativ cool bisher, also mir gefällt es bis jetzt. Richtig gut das Spiel. Hat vieles besser zu Grow Home, hat vieles beibehalten. Ähm, die Steuerung ist immer noch leicht beschalten, also, äh, bewegt sie immer noch leicht beschalten herum. Aber es macht immer noch sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Ja gut, was ist die Woche noch sonst, sonst was quasi, genau. So kann man schon sagen. Ähm, ja, ist auf meinem Kanal, ist eigentlich nichts des Weiteren gekommen. Ich werde jetzt zumindest noch das Video von, ähm, die nächste Woche noch das Video von, ähm, von der Gamescom noch schneiden müssen und noch kommentieren müssen. Das werde ich vielleicht dann auch, wenn ich gleich das Video vorhabe, ist mein Video bei mich, wo ich mich vorstelle. Dreh, wenn ich das gleich gleich mitdrehen muss, mal schauen. Muss ja schauen, wie ich es hochkriege. Ähm, danach, was war die Woche sonst? Ja, aufgenommen, mit CoRom sind wir fertig geworden. Ähm, jetzt war es eigentlich schon soweit. Also, vieles ist die Woche gar nicht so passiert bei mir auf dem Kanal. Standard halt. Hm. Naja, egal. So, ja, äh, was wollte ich noch sagen, was wollte ich noch sagen? Wollte ich lügen? Hm. Ah! Komische Geste, muss auch mal sein. Nee, die Woche war ich beim Arzt noch, also von mir persönlich, da, zudem, das war das Mikrofon, sorry. Nachdem ja bei mir auf dem Kanal nicht so viel los war. Ähm, gut, bei mir privat ist auch nicht so. Die haben schon noch einen Arzttermin gehabt, wegen meinem Knie. Äh, wo ich eigentlich immer noch nicht weiß, was ich machen soll. Super, sucht auf jeden Fall so viele Ärzte, aber wie nur möglich. Jeder sagt etwas anderes und ihr wisst es immer noch. Läuft. Ähm, Dana, was habe ich die Woche noch gemacht? Hm. Daheim faulgelenzt, Anime geschaut, YouTube geschaut, gespielt, aufgenommen, gerendert, geschnitten. Wieder hochgeladen. Ah, im U2 war ich nur tätig. Deswegen kam auch ein, zweimal, glaub ich, wieder. Einmal später. Nee, stimmt, da kam das Video gar nicht. Da war ich ja im U2 unterwegs, habe ich es wieder hochgeladen müssen. Genau, da habe ich etwas umbauen müssen. Das war es eigentlich jetzt. Die Woche war jetzt nicht so spannend. Hm, waren die anderen uns spannender. Naja, egal. Ähm, wir sind jetzt so bei knapp 5 Minuten. Das ist heute langend für diesen Wochenblick. Es ist einfach nichts passiert. Es ist ein sehr Endspurt von den Ferien. Jetzt, dann geht's los in Richtung Lernen und Vorbereiten für das nächste Schuljahr. Meine Projektarbeit, wo hier schon liegt, muss ich noch angehen, angehen, angehen. Ähm, für das nächste Schuljahr. Ja, so werde ich die nächste Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen können. Mal schauen, vielleicht dann doch auch irgendwo sitzend. Ähm, draußen in der Sonne. Mal schauen, nicht so jetzt hier im Dunkeln um. Drei Viertel ein. Drei Viertel Zwölfe in der Nacht. Ja. Wobei, ich muss sagen, das mit der Lampe, mhm, äh, könnte besser sein. Könnte besser sein. Aber sowas zum ersten Mal soll's passen. Genau, das war's jetzt einfach mal von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne, neue, anstehende Woche. Ähm, gerne unten Kommentare drin lassen. Da unten. Kommentare schreiben, bewerten, kommentieren, Daumen nach oben geben. Teilen. Was ist ich? Und würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wiedersehe. Dann wieder hier sitzend, vermutlich, oder doch draußen. Hm. Lassen wir uns mal überraschen, was es noch so mit sich bringt. Naja, in dem Sinne. Servus, macht es gut. Eine wunderschöne nächste Woche. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Oder beim nächsten Wochenblick. Der dann vielleicht ein bisschen spannender ist als dieser. Naja, alles gut. Das war's von mir. Servus.